So, ich habe mal ein Problem mit dem Decker rausgerissen und habe das auf die Suchmaschine montiert. Und da sind wohl das elektrische Kabel zu hängen. Und was ich sehe, hier ist das Kabelschuhweg. Jetzt kann ich schauen, ob ich das so reparieren kann. Sonst muss ich weiter nach Hause fahren. Scheisse. So, ich habe hier repariert. Und ohne Strom läuft hier nichts bei meinem Heckladen. Hier ist ein Öldruckhebel geschalkt mit Magnetventilen hinten aus dem Laden. Ich betätige den Hebel. Einen Hebel mit mehreren Funktionen. So, die zwei letzten Ballen lade ich da direkt mit dem Traktor. So, der ist wieder hier. Und er wird sich für die Beine. Ich gebe es auch noch. Und mal rein. Beim Fantreffen in Zaukenried angekommen. Das Bauerhaus ist angemeldet. Meinem Traktor. Allen Daten. Ich gehe da ein Bier trinken. Und dann kann ich das nicht. Ich gehe aus. Ich gehe in Zaukenrieden. Und dann kann ich das nicht in Eimer. Und dann kann ich das nicht mehr. Ich gehe auf den Erdrucken. Ich gehe da mit dem Sieg. Und dann kann ich das nicht mehr. Ich gehe da mit dem Sieg. Wenn Sieg. Ja, jetzt der Bauer Hause sein erstes Bier, alkoholfrei. Prost, YouTuber. Hier kommt der, der tausendere Fendt. Mit französischen Kontrollschildern, LMG Graf Wien Athen organisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist schon gewaltig, dieser tausender Fendt. Ja, und dann mit Jahrgang 56 ein Dieselross mit 12 PS. Das ist schon gewaltig, das ist schon gewaltig, das ist schon gewaltig. Das ist schon gewaltig, das ist schon gewaltig, das ist schon gewaltig. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Bauer also überlässt das Festgelände mit dem Raktor. Ich komme dann noch mit dem Autor hierher, später noch. Ja, liebe Freunde, komm von Treffen weg, bin ich wieder aufs Felde. Ich hole da noch meinen beladenen Wagen nach Hause, damit er nicht über Sonntag da auf dem Geld rumsteht. Ja, liebe Freunde.